yo peace freunde willkommen zu einem neuen video heute mein richtig krankes video freunde ich habe einen account bekommen von taha itzwiper freunde werde ich auf jeden fall nach dem video also wenn das video zu ende ist in den titel schreiben und auch in die beschreibung seinen kanal und alles freunde auf jeden fall abschicken richtig richtig heftiger typ ist das ist einfach unbeschreiblich freunde ihr könnt unten sehen angemeldet als sein account der hat mir angeboten dass ich mit seiner account spielen kann richtig ehrenaktion ist jetzt das erste mal dass ich hier in seinen account reingehe ich bin mal gespannt der soll richtig heftige skins haben freunde ich bin mal mega gespannt digga direkt mal das spinnt abchecken hey krank tabula du bist ein ehre mann tschüss digga oha leute wir checken jetzt mal gemeinsam die skins ab bin mega gehypt digga den kenne ich noch den hatte ich damals auf meinem alten account auch mal den gehen wir auch freunde boah der sieht bar mäßig aus digga der sieht heftig aus freunde ok den kenne ich auch den kenne ich auch der ist auch nicht schlecht ja hybrid krass bruder was sind das super was kind heiskönig ja ok den kennen wir auch freunde den kennen wir auch den habe ich auch gespielt den auch aber der bruder sensin man digga das ist einfach ein og heftiger og skin freunde heftiger skin boah da sind wohl die kranken skins dabei ok einige kenne ich hatte ich auch mal auf meinen alten account den hier hatte ich auch den habe ich noch nicht gespielt noch nicht gesehen und freunde hey heftiges skin kombi checkt euch mal ab checkt das map oder was heißt kombi heftiger skin freunde oh mein gott tab oder du bist einfach king digga voll strecker ist auch heftiger skin verwüstung sowieso den wollte ich mir mal holen im shop aber dann habe ich doch nicht geholt krass bruder sind auf jeden fall einige krasse skins dabei die später im stream auf jeden fall zocken werde da hat bis einfach ehemann digga schwarz herz oh mein gott leute und der heftig heftigste skin meiner meinung nach in komplett fortnite ist der schwarze ritter freunde schwarze ritter und rote ritterin das sind einfach skins die sind unbeschreiblich freunde das sind auch selten finde ich finsterbomber oh mein gott ich habe den noch nie gespielt das wird so heftig später freunde hey digga bruder was was mit dem digga den hättest du nicht holen sollen ja bruder aber bei den hast du bekommen glaube ich stimmt genau funkelmeisterin krass wieder sind schon skins dabei die ich schon gar nicht gesehen habe ja ehrlich gesagt elite agentin die ist auch heftig freunde die ist auch richtig heftig den hatte ich damals auch auf meinem alten account der ist auch von der season oder den könnte ich mir übelst gut vorstellen könnte später damit zu tauchen die ist auch geil ich finde frauen skins sehen immer geiler aus als männer den käme auch noch freunde alter sind das keine skins der ist auch von der season der glaube ich auch der auch der auch der auch der auch der auch der hat er auch der nicht den hat sich auf meinem alten account auf freunde ich komplett lustiger charlie heftig die dem werde ich neben freunde wenn wir mal eine fahne runde spielen und bei geile sache wo der ist auch keine sind schon einige krasse skins dabei freunde der ist auch fertiger blauer knappe sonnenvogel den finde ich auch geil den hat taha gestern sogar im stream gespielt freunde farbenbomber auch krass bruder ich muss dazu sagen ne freunde ihr habt jetzt alles gesehen alle skins gesehen hier auf jeden fall heftige skins dabei freunde jetzt haben wir hier noch die ganzen rückenteile dunkle schwingen oh mein gott der lassen dass wir keine rückenteile was denn das für keine rückenteile so ein könnte ich mir gut vorstellen freunde tab oder heftig wurde heftig jetzt bin ich gespannt was du für ich bezahlen was oder wenn du minti hast ne boah diga dann raste ich komplett aus diga ah ich glaub weniger diga minti boah krank diga krank 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 oder von denen halte ich gar nichts diga aber auch krass ja bruder schon so viele sachen die du hast da bruder das ist schon heftig bruder das ist bestimmt voll viel invest investation drin oder viel geld reingesteckt safe und das ist dann die erlaubnis von dir kriege diesen account zu benutzen das ist schon das ist schon mehr wert bruder als alles andere wir haben hier auf jeden fall einiges freunde ich gehe mal langsam runter dann könnt ihr alles mal abchecken hier ich werde auf jeden fall heute einige ausprobieren später im stream und ihr seht der hat einfach komplett alles ja mann boah der ist unnummer geil bruder den hatte ich auch in meinem alten account warte dieser moop jetzt warte jetzt boah dieser moop ist einfach immer heftig boah freunde das ist schon das ist heftig ihr ihr habt jetzt mit mir den account von taa gesehen freunde und der hat schon echt Baba skins Ihr müsst echt mal unter dieses video auf jeden fall kommentieren freunde welcher skin euch am besten gefällt wen ihr noch welchen ihr noch nicht habt wen ihr noch haben möchtet Taha hat mir auf jeden fall die möglichkeit gegeben freunde dass ich mit seinen account spielen kann klar ich werde nicht immer auf diesen account gehen weil ähm das wäre dann von mir auch ein bisschen ehrenlos glaube ich aber wir werden heute auf jeden fall mit diesem account mal spielen Taha bruder besten dank brudy ich werde ich auf jeden fall hier verlinken freunde checkt auf jeden fall taha ab ist ein richtig mega korrekter typ wer heute zahl wer schon gibt heute heutzutage seinen eigenen account bruder jemand anderes das ist auf jeden fall eine ehrenaktion und der hat auf jeden fall props verdient freunde ich werde das jetzt auf jeden fall hier verlinken sein kanal freunde checkt ab gönnt dem jungen ein abo der ist auch immer bei mir in den streams dabei wer mich feiert kann genauso den zwei paar auch feiern seid so korrekt freunde abonniert auf jeden fall seinen kanal wäre mega korrekt freunde und wer wenn ihr den abonniert habt dann schreibt es hier in die kommentare freunde damit ich weiß wer wer so ehrenhaft genug war und den abonniert hat in dem sinne freunde wenn euch das video gefallen hat liked bombardiert die kommentare wie immer freunde ich bin mega gehypt und gespannt wie ihr das video findet freunde in dem sinne wir sehen uns heute abend um 19 uhr freunde im live stream 18 uhr wird der gewinner bekannt gemacht der 20 euro psn karte bleibt aktiv freunde und vergesst nicht daumen nach oben zu geben damit unterstützt ihr mich mega mega freunde ist für euch nur ein knopfdruck aber für mich ist das schon eine eine welt sozusagen naja ich hab zu viel geredet freunde wir sehen uns heute abend peace und haut rein